Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Park hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das alte Ding war, dass das Blut in meinem Kopf in meinem Kopf gemacht hat. Das macht mich witzig. Callum? Wo gingst du? Die Mutter hat gesagt, quack, 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 quack. Der Typ hat einfach... Der Typ hat die Kinder. Waiting for the turn of the ride, thank me and the boys, this fellow didn't want to quit the screen and I was crowing. People took photographs, Lawrence want to go, but I've always been a... Okay. Stop! Kill him! Was der Jungen? Callum, bleib, wo du bist! Ich bin irritiert, weil meine GameCapture gerade so ein bisschen hinterherhängt. Der Aufnahme. Und dann machen wir auch ganz kurz da. Das ist wieder... Ja, perfekt. Wo gingst du? Ich kann nicht weitergehen, während es geht. Komm zu meiner Mutter, Callum! Ich kann nicht weitergehen, während es geht. 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 Was نہیں tut. Noch nicht, dass... Das ist die Szenen. Ich kann nicht mehr, das ist das. Ich kann nicht mehr, das ist... Das ist aber... Ich will nicht mehr, das heißt... Ich will nicht mehr, das ist der Typ. Ich bin da bei... Warte. Oder nicht. Was? Zum fucking Teufel Was? 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 We build our world from expectations and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there and so far from my expectations. They shattered. And as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. what? Was did you see? I am not playing anymore Callum. W-I-I-I-W-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I All is good. Nothing happened. nix passiert ich bin absolut kein horrorspiel gamer Callum tell mommy where you are Callum constant crashes in 80s music I guess afloat someone's boat Callum, where are you? mommy needs to see you Callum No, 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 no stop, stop danger stop it, please what the fuck mommy needs to see you Callum where are you? where are you? quack, 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 quack quack, quack, quack hello that's good and that's a shame why that's so gar nix? oh god mommy is coming callum mommy is coming callum mommy is coming and that's a good record that I am a failure as a mother once when Callum was very small I left him asleep in the car while I ran an errand don't even remember what it was when I came back the sheriff was standing next to the car watching my boy through the window didn't like what I saw in his eyes judgment he wrote me the ticket without saying a word just the scratch scratch of his pen on the notepad when he gave it to me our eyes met I know what you're going through my daughter Helen she just get some help help was a bolt of lightning help was a thousand volts surging through my veins help is agony I would rather die I want to scream I would rather you pulled your gun and shot me but instead my mouth said yes sheriff where are you callum where are you where are you when you're looking for a long tunnel you're saying you're saying what are you you're saying but not anything you're saying I will not go along you're saying what are you saying I don't have a lot of new the Leute kommen zu deinem Leben für ein Grund. Vater hat das gesagt, bevor meine Mutter riecht. Nach dem, er hat nur nur geblüht. Dinge sind für Don und ich. Als wir uns treffen, ich war auf dem Boden in Susie's Diner. Er kam mit einigen Arbeitnehmern, aber er hat nicht versucht, zu flirten oder zu spüren, wie die anderen. Er hat nur einen Koffer und sitzt da, um mich zu sehen. Als ich umgekehrt war, er hat mich geblüht. Ich weiß nicht, wie es diese Runde beschreiben kann. Wir sprachen und lachen, und dann schüttelten wir. Es fühlt sich wie Liebe. Es fühlt sich wie eine verrückte Geschichte. Ich kann euch nicht sagen, ob Callum war das Nacht oder einer der anderen, die folgten. Aber ich denke, es muss sein, das Nacht. Das eine perfekte Nacht. Okay. Callum! Callum! Callum, woher gehst du? Ist das lauter? Bleib, wo du bist! Woher gehst du? Alter, die ist doch auf irgendein... Drogentrip. 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 Ich glaube, he's pissed. Ich glaube, die ist ein bisschen pissed, die Gute. Achterbahnfahren? Ja, ich bin. Was willst du? Wir müssen über Callum sprechen. Was meinst du? Was hast du mit ihm getan? Ich. Das ist etwas. Du und dein Junge sind alles, was in diesem Ort nicht will. Die Antithesis an dem wir stehen. Was ist das? 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 Dann sitzt der Typ einfach mal hinter mir Glaub's nicht Aber meine Lieben Wir werden jetzt mal wieder eine Pause machen Weil ich, wie gesagt, ich will noch eine Folge aufnehmen Und ich bin echt müde und ich will die Folge nicht so lang machen Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von The Park Hier auf meinem Kanal Vielen Dank, bis morgen, ciao